so die königin ist gekommen schaut euch mal ein wie die verpackt ist ja plastik ich hoffe dass die da luft kriegt wo man sie mal auspacken noch mehr plastik da sind ein paar luftlöcher drin da sind ein paar luftlöcher noch mehr plastik da ist eine art haushaltstuch gehen wir mal ins licht ja die laufen da drinnen rum so ist auch eine königin am laufen ja königin ist da gucken ob ich das vergrößern können ich mache das video mit dem handy ja sie scheint munter zu sein wunderbar ich wollte auch noch wissen wo die herkommt steht das hier drauf irgendwo eigentlich ein absender drauf stehen nieder valerio die kommt aus ich hatte schon angst dass die königin hin ist weil dpd nürten hadenberg da lag das paket das ganze wochenende freitag morgen hatte ich schon die nachricht dass das paket da ist aber die waren nicht in der lage das aus so ok das war es mit dem kurz video jetzt muss ich sie nur noch heile und gesund ins volk kriegen dann sage ich tschüss bis demnächst